Drei, zwei, ein, Packmaß! Das Besondere von FC Bayern ist die familiäre Atmosphäre. Ich denke, dass alle Leute hier freundlich sind, sie arbeiten sehr hart und die Atmosphäre ist sehr gut. Das ist sehr schön, mein Sohn ist sehr konzentriert. Er möchte immer neue Sachen kennenlernen und ich habe viel Vertrauen in ihn. Das Schöste am Trainerjob ist die Relation mit meinen Spielern. Ich liebe mit meinen Spielern sprechen. Ich liebe mit meinen Spielern stehen. Alle Tage. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, die Aufstellung zu fallen. Weil 11 Spieler glücklich sind, aber 13 Spieler glücklich sind. Was ist das Wichtigste? Ich liebe mit meiner Frau stehen. Ich liebe mit meiner Frau in den Kinos gehen. Ich liebe spazieren, im Englisch Garten. Ich liebe relax. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Es ist immer das Wichtigste, weil es sich developersen wichtig zu halten und politisch zu verlieren. Wir haben viele Spielsมereite, die dann wieder steinbar. Was sehr, wenn man sich leider nicht mehr als Wichtigste ist, was das Wichtigste, was sie ein Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Ich denke, dass das Wichtigste, was es ihr mit einem Wunderland nicht macht. Du kannst dir in das Wichtigste? Das sind nicht die Spiel, denn ich glaube, man kann sich gut vorbereiten, aber während der Spiel, auf der Bühne und auf der Bühne, man kann nicht viel machen. Ich glaube, es ist gut, denn ich kann die Spiel sehr nahe, und ich kann nicht bezahlen. Ich liebe Bier, natürlich. Und oft, wenn ich in ein Bayerisch-Restaurant bin, ich liebe Bier. Aber ehrlich gesagt, ich mag den Wien. Ich bin wirklich gut bei der Bühne mit Carbonara-Pasta. Und ich liebe es. Es ist eine meiner Lieblings-Pasche zu machen. Ich denke, ein Trainer, ich denke, erst einmal muss man wissen, über Fútbol, über die Vorbereitung, über die Physikale Training, wie man die Vorbereitung vorbereitet. Man muss man natürlich aufpassen, weil ich denke, dass immer die Zeit, man muss sich fokussieren, man muss viele Entscheidungen machen, man muss sich rationalen sein. Und ich liebe es, was man macht. Wie ist es? Wir haben viele Worte. Wir wollen alle Worte. Wir haben eine fantastische Worte. Ich bin wirklich glücklich für das. Ich denke, wir haben die Möglichkeit, zu spielen in allen Worte. Und zu erreichen, in den letzten zwei Monate der Saison, fit, ohne Injury, in guter Worte und motiviert. Ich denke, dass wir einen Säklen haben. Ich denke, dass wir einen Säklen. Das war die Tatsache. Das war die crispsych-Tänein. Das ist ein Sprenger. Love das war. Worte. Bevor es mit deinen Freunden? Ich denke, wir können ein sehr viel Erfolg machen. Ich denke, dass wir einen viel Erfolg haben. Ich denke, dass wir einen Sinn criticism haben. Vielen Dank.